Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich bin wirklich richtig froh über euer Feedback zum Video zu den FNCS Highlights, dass dort nochmal neue Abonnenten zugekommen ist, heute nicht wirklich riesig. Natürlich ist es eine verdammt große Arbeit dieser Videos zu schneiden, dementsprechend kann ich das den Tag bringen. Aber ich werde natürlich immer, wenn ich irgendeine FNCS spiele, werde ich dann eben mal versuchen, daraus ein Highlight-Video zu machen, also eigentlich jede Woche, solange ich natürlich dort teilnehmen kann. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt aber auf jeden Fall an den Itemshop als erstes. Heute als ein neues Backpack, würde man sagen, genau mit dem Raptor-Skin. Alle, die den besitzen, haben ja schon den zweiten Stil behalten und war natürlich auch klar, dass wenn das letzte auch reinkommt, dass irgendwann in der nächsten Zeit dann nur wieder in den Shop reinkommen muss. Ist zum Glück eine zweite Version vom Skin, also kein neuer. Ich glaube, es gibt auch noch andere Skins, wo irgendeine neue Version ist, obwohl es immer die gleiche Grundskin oder sehr, sehr ähnliche Skin ist. Allerdings hier einfach nur eine zweite Variante, deren Skin bewohnt sich das auf jeden Fall, weil der sonst eigentlich nichts wirklich anhatte. Für die zweite Variante sieht er allerdings echt cool aus. Dann haben wir den Kürbiskürbel als Backpack, sieht ziemlich, ziemlich nice aus, wie ich finde. 600 V-Bucks Backpack, ich glaube, es gab bisher eigentlich nur blaue Backpacks. Und jetzt hier mal für ein episches Backpack, hinten mit so einem schönen, vieler an Feuer. Sieht schon ziemlich cool aus, kann man sich auf jeden Fall verkaufen. Passt vor allen Dingen eigentlich auch für den Geistel-Skins. Also hier den bitteren Medizin-Skins, hier die Pest-Skins. Auf jeden Fall einmal die Vibetil-Variante. Dann hier der ähnliche, sehen auch die Vibetil-Skins. Dann als noch der Herold-Stab, der reaktiv ist wahrscheinlich, wird die Grüne dort irgendwie verändert. Weiß ich aber nicht ganz genau, dann der Lampenlichtleiter. Ist ein verdammt cooles Set, kann man sich hier verkaufen. Dann haben wir die Fußball-Skins. Ja, verschiedene Skins. Vier männliche, vier weibliche. Und man kann sich nur mal ändern. Man kann nicht einfach das Trikot ändern. Wie bei den anderen Fußboden. Dann haben wir die Überlebenskünstlerin. Showstopper. Richtig cooler Emote. Schwert mir auf jeden Fall. Dann finde ich, war auch schon lange hier im Shop drin. Auf jeden Fall ganz nice. Dann Zaubermacht als Blitzhacke. Mit einem Feuer-Stil. Standard-Stil. Sieht ziemlich cool aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann Rölbser als Emote. Ich glaube hier kann es manchmal sein, wenn man einfach rölbs. Das heißt zufällig, entweder macht ihr mal solche Liegestützen. Und ich glaube, diese Trainingseinheit heißt Rölbser. Weshalb der Emote auch so heißt. Und man hat halt so eine Gag. Mach ich halt so, dass er einfach rölbt. In dem Fall ganz nice. Und als letztes Mal in den Boxen Stop Skin war auch schon eine relativ lange Zeit nicht mehr im Shop drin. Ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Dann kann man sich kaufen. Das war es mir in dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.